Hallo und willkommen! In diesem Video zeige ich dir meine Top 5 Assets aus dem Unity Asset Store zum Thema Science Fiction. Wenn du dir ein 3D Sci-Fi Spiel in Unity erstellen möchtest, dann kann dir vielleicht eines dieser Assets weiterhelfen. Ja, ich befinde mich hier schon im Unity Asset Store. Hier haben wir diese 5 verschiedenen Assets, die ich gefunden habe. Alle haben eine 5-Sterne-Bewertung und sind kostenlos erhältlich. Beginnen wir mit dem ersten Asset hier, das Sci-Fi Styled Modular Pack. In Unity selbst sieht das Ganze so aus. Also sobald du das Asset in dein Projekt importiert hast, dann hast du hier auch einen Ordner, der heißt Sci-Fi Styled Modular Pack. Und da gibt es Example Scenes, da findest du zwei verschiedene Szenen. Einmal hier diese Wüstenlandschaft und einmal mit Schnee. Und dieses Asset ist vollkommen modular. Du siehst zwar hier schon ein Beispiel, du kannst aber die einzelnen Teile beliebig anordnen, also ganz nach deinem Wünschen. Du hast bei diesem Asset auch ein vollständiges Innenleben, wie beispielsweise Pflanzen, dann hier einzelne Fenster oder auch Stühle und Tische. Die 3D-Objekte zu diesem Asset findest du in dem importierten Ordner. Der Ordner heißt ja Sci-Fi Styled Modular Pack. Und da findest du den Ordner Prefabs und hier im Prefabs Ordner hast du all diese Elemente. Das heißt, wenn du hier jetzt beispielsweise einen neuen Korridor erstellen möchtest, kannst du hier auf Korridor gehen und dir direkt so einen Korridor auf deiner Szene hier platzieren oder innerhalb deiner Szene platzieren. Ja, wie du siehst, mit zwei Klicks und zwei dieser Prefabs hier habe ich diesen Korridor letztendlich dann erstellt. Weitere Elemente, weitere 3D-Objekte, die hier auch schon mit einer Textur versehen sind und einem Collider, findest du dann hier in diesen einzelnen Ordnern. Beispielsweise auch die Pflanzen. Die sind hier in Decorative Elements. Hier, das siehst du, diese Pflanzen verfügen bereits über einen Box Collider und die jeweiligen Materialien hier. Das heißt, du kannst per Drag & Drop direkt diese Pflanzen innerhalb deines Levels platzieren und damit wird der Spieler dann letztendlich auch kollidieren, denn dieses Objekt hat hier einen Box Collider. Okay, soviel zu diesem Sci-Fi Styled Modular Pack. Das nächste Asset ist hier das 3D Sci-Fi Kit Starter Kit. Ähnlich wie das eben gezeigte Modular Pack kannst du hier auch die einzelnen Teile miteinander verbinden. Ich zeige dir das kurz. Das befindet sich nach dem Import hier in den Ordner Creepy Cat. Das ist nämlich der Name des Herstellers dieses Assets und hier findest du auch eine Beispielszene, Example 01 und das Ganze sieht dann so aus. Eigentlich extrem langweilig hier von außen, aber du hast hier ein Innenleben. Wenn du da einmal hineinzoomst, du siehst hier diese minimalistischen Räume. Diese wurden aus den einzelnen Teilen des Assets zusammengebaut und diese sind per Korridor verbunden. Hier insgesamt gibt es drei verschiedene Räume. Das hier kannst du vielleicht auch für das eine oder andere Level in deinem Spiel als Basis verwenden. Als drittes Asset habe ich für dich im Unity Asset Store dieses hier gefunden und zwar den Sci-Fi Soldier, also einen 3D-Charakter. Wie sieht der aus? Den haben wir hier. Da gibt es auch eine Demo. Klicken wir einmal auf Play. So, hier haben wir den Science-Fiction-Charakter und diesem kannst du auch eine Waffe verpassen. Also du hast hier verschiedene Animationen, die aber sowohl mit der Waffe hier funktionieren, als auch ohne Waffe. Stay, Walk, Run, Sitting, Jump, Aiming, Attack, Damage und eine Todesanimation sogar. Wenn du hier Empty selektierst, dann hat dieser Roboter diese Waffe eben nicht mehr und dann ist die Aiming bzw. Attack oder Death Reset Animation eine andere. Den Charakter selbst findest du in diesem Ordner, den du letztendlich importiert hast. Da klickst du dann auf Characters, Soldier und da kannst du dann diesen Soldier direkt einfügen, denn da hast du dann ein Sci-Fi Soldier Prefab. Also letztendlich diesen Charakter in deine Szene, in dein Level einfügen. Das vierte kostenlose Science-Fiction-Asset, das ich gefunden habe hier im Unity Asset Store, ist dieser Star Sparrow Modular Spaceship. Da haben wir verschiedene Flugzeuge und das kann für dein Spiel vielleicht auch sehr hilfreich sein. Importiert sieht das Ganze so aus. Zeige ich dir kurz. Der Ordner heißt Star Sparrow und dann hast du hier einen Prefabs-Ordner bzw. es sollte eine Demoszene auch geben. Das hier sind die verschiedenen Raumschiffe, also nicht nur unterschiedliche Farben, sondern auch unterschiedliche Bauteile wurden hier verwendet. Und das Coole daran ist, dass das Ganze modular ist, was im Endeffekt bedeutet, dass du hier die einzelnen Module hast. Wenn du jetzt ein Raumschiff mit mehreren Düsen dir erstellst, dann kannst du hier auch noch weitere hinzufügen. An sich sind die fertigen Prefabs hier aber auch schon verwendbar, also kannst du hier beispielsweise dieses Raumschiff einfach in dein Spiel hier einfügen und dann letztendlich kostenlos verwenden. Das letzte Asset, das ich dir zeigen möchte, ist dieses Sci-Fi SFX. Das Problem ist nämlich, für dein Science-Fiction-Spiel benötigst du nämlich nicht nur 3D-Objekte wie beispielsweise das Raumschiff oder diesen Roboter und das Level, sondern du benötigst natürlich auch Sounds. Und hier findest du kostenlose Sound-Files, hier eine kleine Auflistung. Also insgesamt sind das hier 33 Sound-Files. Du kannst dir das Ganze aber auch per Soundcloud als Beispiel anhören und vielleicht ist ja hier die ein oder andere Audiodatei, das ein oder andere Sound-File für dein Spiel dann letztendlich dabei. Ich klicke kurz einmal auf Play. Das war die kurze Audio-Vorschau und wie gesagt, die Audiodateien kannst du dir hier kostenlos herunterladen, einfach in das Projekt importieren. Sollten dann letztendlich nur ein oder zwei Audio-Files dabei sein, wo du sagst, okay, das hilft mir bei meinem Spiel weiter, dann lösche einfach die restlichen Files aus deinem Ordner. Okay, das waren also meine Top 5 kostenlosen Science-Fiction-Assets hier im Unity-Asset-Store. Solltest du persönlich noch andere Sci-Fi-Assets kennen, dann poste die doch unten in die Kommentare. Wenn du dir weitere Videos dieser Art wünschst, also so ein Top 5 der Assets aus einem bestimmten Bereich, dann poste mir doch am besten in die Kommentare, welcher Bereich dich am meisten interessieren würde. Viel Spaß mit dem gezeigten Assets und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!